Hallo meine Lieben, hier bin ich endlich wieder. Ja jetzt haben wir ja schon das Jahr 2009. Sicherlich haben sich viele von euch einiges vorgenommen. Ich habe mir auch was vorgenommen. Ich möchte dieses Jahr ganz viele bayerische sexy Videos drehen. Mein letzter Wunsch im Jahr 2008 war, dass ihr mir euer Lieblingsvideo von mir verratet. Und ihr habt euch für die Nummer 4 und 14 entschieden. Also mein persönliches Lieblingsvideo war ja die Nummer 10. Da war ich nämlich beim Nägel machen bei der Luzi. So und jetzt kommen wir zur neuen Hausaufgabe. Die erste Hausaufgabe im Jahr 2009, die ist richtig schwierig. Aber erstmal seht ihr ein Video. Gut auffassen. Und jetzt? Was hat der Mama gegessen? Ein Pfarrknacker. Wo heißt das? Wo heißt das nochmal? Was hat der Mutter gegessen? Pfarrknacker! Ja, in dem Video habt ihr jetzt meinen Kumpel den Rumpel gesehen. Das ist ein richtiger Oberpfälzer und der hat ein richtig schwieriges Wort gesagt. Nämlich das Wort, ich wiederhole es nochmal, Pfarrknacker. Ja, was könnte denn ein Pfarrknacker sein? Ein kleiner Tipp, es hat auf jeden Fall was mit Tieren zu tun. Nur was? Ich glaube da kommt jetzt kein richtiger Norddeutscher oder so drauf. Es müsste vielleicht der Oberpfälzer sein oder vielleicht kommt auch ein Bayer drauf. Fragt einfach mal eure Verwandten oder Weltbekannten. Ich bin gespannt auf eure Lösungen. Diese schreibt mir einfach wieder als Kommentare unter mein Video. Und auf keinen Fall vergessen, ihr müsst mich auch unbedingt wieder bewerten. Meine Lieben, ich verabschiede mich jetzt auch schon wieder von euch. Draußen ist es momentan richtig kalt. Ihr müsst euch auf jeden Fall warm anziehen, damit ihr auch gesund bleibt. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Ninja. Ja, mein letzter Wunsch 2008 war, dass ihr mir verratet, was euch... Ne, nochmal. Wie soll ich das sagen? Was war dein letzter Wunsch? Gott, so kriege ich das nicht hin. Ah, ich erzähle, ich versuche es mal so ungefähr. Ja, ungefähr auch. Okay. Für mich auch nicht meine Schuhe, gell? Bitte nicht. Schlecht gekleideste Person 2009. Ja, ich soll sexy werden. Ja, in dem Video habt ihr jetzt meinen Kumpel, den Rumpel, gehört. Nochmal, okay? Ja, klar kann ich den. Das ist ein Kumpel von mir. Ja, wirklich ein Kumpel von mir? Ja. Warum, was schreibst du da immer mit? Meine Fehler oder was? Also zieht euch auf jeden Fall warm an, damit ihr euch nicht erkältet und einen kühlen Kopf bewahrt. Nein, keinen kühlen. Was hast du gesagt? Besser? Check, check. Check, check.